Die pakistanische Christin Asia Bibi könnte womöglich bald ausreisen und im Ausland Asyl finden. Das oberste Gericht Pakistans hat einen Berufungsantrag gegen ihren Freispruch für unzulässig erklärt. Bibi war vor acht Jahren wegen Gotteslästerung im islamisch geprägten Pakistan zum Tode verurteilt worden. Im Herbst hob die Justiz das Todesurteil auf. Dagegen wollten Islamisten vorgehen, scheiterten nun aber. Der Richterspruch dürfte den jahrelangen Rechtsstreit beenden und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Bibi das Land verlassen kann. Aktivisten sehen ihr Leben weiter in Gefahr. Es wird erwartet, dass Bibi Asyl in einem europäischen oder nordamerikanischen Land beantragt. Als ein mögliches Aufnahmeland ist Deutschland im Gespräch. Auch andere Länder boten ihre Hilfe an. Einem unbestätigten Bericht zufolge sind Bibis Kinder nach Kanada geflohen. Es wird auf die Aufnahmeland gelegt, dass Bibi das Land verlassen kann.